Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und da war der Klaus, der war nur 3, 4 Jahre jünger als wir, der war so 11, 12 Und der hat Musik damals angefangen, weil er uns gesehen hat. Und der hatte doch alles da. Großen Applaus für Klaus Feinstein. Und für Peter Breis. Und, 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 und. Was möchte noch jemand auf die Bühne bitten? Den Marco Stern. Marco. Wo bist du? Also, wenn du willst, kannst du kommen, bin ich. Mal los. Nee, der soll nicht kommen, der soll erscheinen. Dann nicht. Wer der erste da kommt? Okay, den nächsten Song. Ach, bleib ich schon? Ja, ja. Den nächsten Song kennt ihr alle. Der ist schon so ein paar Jährchen alt. Da war ich fünf Jahre alt. Und ich hab Lena geliebt. Und das kommt jetzt? 99 Luftballons. Habt ihr Lena geliebt? incl. Ja, 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 ja. Komm, der Ark wäre der Robster. Hast du etwas Zeit für mich? Dann trinke ich ein Lied für mich von 99 Luftballons Auf ihrem Weg zum Horizont Dann singe ich ein Lied für mich von 99 Luftballons Und weißt du was, was sowas kommt? Das war's. 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 Das war's.